Hallo und herzlich willkommen zurück in Yoshi's Island. Wir machen jetzt gleich mit dem ersten Extra Level hier weiter. Meine Freundin hat mir hier alles schnell auf 100 Punkte gemacht, weil ich so schlecht bin, aber sie wollte sehen, wie ich hier in diesem Level versage. Ich werde hier definitiv hundertprozentig versagen, weil das Level anscheinend richtig schwer ist. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. War wahrscheinlich das einzige Speziallevel, das ich, Bello, mach mal, das ich gespielt hatte. Ja, schauen wir mal, ob wir alles bekommen und hier die Sternchen gleich am Anfang einsammeln. Bis jetzt ist es ja friedlich, aber so ein paar Fledermäuschen und tausende Lavafälle im Hintergrund. Wir sind ja nur in einem Vulkan oder so irgendwas. Versuchen wir mal Fledermäuse. Komm, wir machen Fledermäuse. Springen. Hätten wir über das ganze Spiel bestimmt. Nein, okay, da kommt nur am Anfang Fledermäuse. Oh mein Gott, Bello. Bello bringt uns heil über die Lava. Er hat irgendwie solche Lava-Festen heute. Ich weiß auch nicht, wie der das macht. Könnte sich doch Yoshi mal abgucken. Naja, aber das kriegen wir hin. Das sieht doch leicht aus. Dieser Autoscrolling-Bildschirm macht uns hier gar keine Probleme. Wieso sollten wir hier auch Probleme kriegen? Komm, hol die Blume noch. Hey, Doggy, Doggy. 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 Nein, nein. Oh Gott. Da, da hat mich grad irgendwas gejuckt. Ich musste mich kratzen. Wir probieren es noch mal. Spezialeis. Ja, wieder die übliche Prozedur. Wir holen uns ein paar. Verdammt. Naja, egal. Die Sterne holen wir uns woanders da. Das ist kein Problem. Aber zum nächsten nehmen wir alle Ei auf. Dann holen wir die Blume mit einem Ei, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir ein Ei verschwenden an der Stelle? Aber erstmal dies hier. Hoffentlich sind jetzt auch genug Sterne in dem Level verteilt, dass ich die jetzt verbraten hab am Anfang. Oh je, nicht so weit voraus. Der Bildschirm hält uns auf und lässt uns dann runterfliegen in die Lava. Oh oh, wir können auch einfach draufbleiben, oder? Oh ja, so geht's auch. Und die Kanone können wir als Trampolin benutzen. Perfekt. Die Blume bekommen wir... Ist da unten? Was ist da? Ach gut. Da ist Doki. Nein, ich will keinen... Oh Gott. Jetzt kommen hier noch solche Viecher. Jetzt fehlen nur noch Fledermäuse. Das wäre jetzt das Ultimatum. Aber wir schaffen es anscheinend. Ah, Fledermäuse. Da, wenn man sie... wenn man vom Teufel spricht. Wie lang geht dieses Level? Ich weiß nicht. Speziallevel sind die so lang wie normal. Da war das dies doch irgendwie nur so ein Bonus, so ein kleiner. Ich will nicht sagwätsch werden. Zerstöre die Stachelgesichter. Komm schon. Davon haben wir ja eins auf dem nächsten Schloss gesehen, in der sechsten Welt. Da werdet ihr ja Augen machen, wenn ihr es nicht kennt. Nein, ach was. Ihr habt schon viele andere Spiele gesehen. Na, wie soll ich da vorbeikommen? Hallo? Ich will die Punkte einsammeln und will vorbeikommen. Ja, das schaffe ich nicht, oder? Duck dich, duck dich. Ich... Irgendwie bin ich jetzt durch die Stachelkugel durch, aber das ist egal. Ignorieren wir diese... Illusion. Oh, ich hab alle. Und bin gestorben. Geil. Wahrscheinlich noch kurz vorm Schluss, oder so. Ich will es gar nicht wissen. Ich lösche diesen Moment. Bello, Magma. Zum dritten... Nein, zum ersten Mal, meinte ich. Wir haben das Level noch nicht gespielt. Es ist völlig neu. Fledermäuse fliegen auf uns zu. Wollen uns warnen, dass da hinten... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß nicht. Lava ist. Aber die ist doch überall. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier auch so ein Lava-Monster. So ein Magma-Monster. Magma. Magma? Wie hieß dieses... Das Pokémon hieß Magma, nicht? Oder? Ja, es war Magma. Oh, ist schon so lange her. Nämlich, was mit Pokémon zu tun hatte. Ich konnte alle 150 auswendig, wenn ich es noch... Oder? Konnte ich alle 150? Ich glaube, ab 100 hat es aufgehört. Konnte ich nicht mehr alle. Aber hier falle ich nicht nochmal runter. Au! Ich melde hoch. Bis jetzt läuft alles gut fürs erste Mal. Äh, den können wir auch kaputt machen? Also diesen Hund, den könnten wir eigentlich für alle Level haben. Das wäre praktisch. Gibt es da irgendeinen... Nein, ich cheate nicht. Ne, im Ernst, ich benutze keine Cheats. Macht dann alles keinen Spaß mehr. Wenn man es einmal gemacht hat... Ich hab mal... Äh, bei was war es denn? Ja... Als ich die PlayStation 2 bekommen hatte zum ersten Mal, hab ich bei GTA 3 immer Cheats benutzt. Und dann wurde das Spiel irgendwie ohne Cheats irgendwie total langweilig. Deswegen mach ich das nicht mehr. Damit zerstört man sich die Spiele. Wenn man einfach nur noch einen Panzer-Cheat benutzt und alles in die Luft haut und für Chaos sorgt und... Ja. Ich weiß nicht mehr, was Feuer-Cheats es gab. Über das Wasser fahren. Da haben sich die Reifen so komisch gedreht. Aber ich will nicht darüber reden. Ist doch wohl egal, was da war. Was da war. Wir sind doch gerade eben... Da sind wir vorhin gestorben. Genau da! Ne, ich will's nicht wissen. Und der Hund stürzt ab und stirbt. Er ist jetzt tatsächlich... Ah, ne. Er kann ja in der Lava überleben. Das ist ja kein Problem für ihn. Aber wir sind echt kurz vor dem Ziel gestorben. Wie schlecht ist das? Egal, hau noch ein Bonus-Level rein! Sag jetzt bloß... Ich hab in einem... Ich hab in einem Spezial-Level... 100 Punkte. Also damit kann ich angehen. 100 Punkte! Ach. Das freut das Raffi jetzt. 100! Ja, jetzt haben wir in dieser ganzen Stage... In dieser ganzen Welt 100. Das hier ist übrigens nur... Nur wieder so ein... So ein Bonus-Gewinnspiel. Die wir auch sonst immer haben. Jetzt können wir zum Grenze... Zur Grenzebacke, die ich vorhin erwähnt hatte... Bei diesen kleinen Gegnern. Ich glaub, der Gegner war ganz einfach. Aber der Weg... Der Weg war weit. Jetzt kommen wir jetzt mal... Diesen ganzeren... Shygeist... Shygei... Die Shygeists? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Shygeigaosts. Sagen wir es mal so. Und diese Feuer... Keine Ahnung. Habt ihr irgendwie... Zufällig grad so ein... Ne, ihr könnt ja Wikipedia. Ja, so ist es. Ich auch. Aber jetzt nicht. Wohl. Da komm ich nicht ran. Ich weiß nicht, wie diese Feuerdinger heißen. Die haben alle bestimmten Namen. Alle einzelnen. Da gibt es bestimmt so ein... Lexikon. Mario-Lexikon für alle Gegner. Ja, so kommen wir auch durch. Schummel uns durch. Oh. Feuer, dass die zweite Ebene verlässt. Es trifft uns nur auf der zweiten Ebene, wenn es die zweite Ebene schneidet. Und wenn es in der dritten Ebene ist, dann können wir es... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ignorieren wir das. Lose Geschwätze von mir. Kommen wir da? Ja, komm da, komm. Fahrstuhl runter, Fahrstuhl hoch. Die Pfeile zeigen uns wie immer die Richtung an. Ich will aber nicht nach rechts gehen. Wir gehen jetzt nach links. In einem Links-Rechts-Spiel Pfeile, die einem die Richtung anzeigen. Wow. Was ist das hier für ein Raum? Oh, 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 oh. Das ist doch bestimmt eins. Kein richtiger Block. Sondern ein... Ja, genau. Ein Schleimkloß, ein Puddingkloß. Den wir jetzt kleiner zerkleinern müssen. Damit... wir alle was davon haben. Uh, so ein... Vanillepudding, das wäre jetzt was. Oh. Uh. Das ist ganz schön angriffslustig. Dafür, dass er uns nichts machen kann. Uh, das war nichts. Der hat auch seine... seine Härte-Attacke. In der wir nichts treffen können. Hunger. Jetzt rennt er davon. Ah, jetzt... Nein, er rennt nicht davon. Ich dachte immer, wenn er eine bestimmte Größe hat, rennt er die ganze Zeit davon. So war das doch irgendwie. Ah, jetzt. Jetzt. Jetzt ist er kurz vorm Sterben. Hm, noch ein Schuss. Nein, einen noch. Immer noch nicht. Meine Güte. Wie viel hat er denn aus? Ja, noch eins. Komm. Noch zwei. Okay, dann nur eins. Jetzt aber. Und, das war noch ein klitzkleines bisschen. Hat gefehlt. Noch zwei Puddingklößchen. Hm. Pudding, Pudding. So, wo... Jetzt haben wir den Schlüssel geholt für eine Tür, die gerade nebenan ist. Ja. Ich glaube, hier gibt es irgendwie so ein... so ein Untergrundkomplex, wo ganz viele Röhren kommen. Das kommt, glaube ich, jetzt. Oder so. Mal schauen, wo das jetzt ist. Wir müssen wir die richtige Röhre finden, wo wie das so ein Viech ist. So ein Puddingvieh. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, so war es. Äh, wie machen wir das? Wir gehen erstmal die linke Seite ab. Also gehen wir am besten gleich nach oben. Gehen so weit hoch, wie es geht. Und dann gehen wir nach unten, wenn doch... So viele Rohre. Hm. Die schießen wir ab. Dann treffen sie sich selbst und gehen von sich selbst kaputt. Dann holen wir die Blumen über die Bande und... Die anderen interessieren uns nicht. Die sollen da für den Rest ihres Lebens hin und her laufen. Weil es ihnen so Spaß macht. Ein Pfeil. Da sollen wir nicht rein. Hm. Ich will ein paar Eier. Falls da drin das Schleimklößchen-Ding ist. Da müssen wir nämlich... Alle Eier zielgenau... Pum. Eigentlich wollte ich die Blumen treffen. Egal. Alle Eier zielgenau... Auf... Hier kommt der andere, dem Hau... Oder... Ignorieren. Gehren wir ihn einfach. Hm. Ich bin gerade kurz ein bisschen sprachlos. Jetzt wollte ich hier eigentlich nach rechts, okay. Aber geht auch nicht. Dann gehen wir eben wieder nach unten und arbeiten die linke Seite weiter ab. Indem wir... Weil wir uns ja so gut gemerkt haben, von welchem Stock wir jetzt gekommen sind. Ich weiß es nicht mehr. Es war... Nicht hier. Oder? Wir gucken mal rein. Kann ich nicht entscheiden. Doch, hier sind wir hergekommen. Ist doch ganz klar. Da waren die wieder. Die sind unsterblich. Kann ich einfach nicht. sterben. Hm... Na gut, dann eben die rechte. Moment mal. Da geht es noch weiter runter. Ja, ignorant. Einfach springen, springen, springen. So, jetzt aber. Jetzt kommt das Schleimkloß. Ach, genau. Jetzt. Was ich nur bis gleich beim ersten Mal schaffe, ey. Früher habe ich das nie so schnell geschafft. Ich habe immer 10, 20 Mal gebraucht. Dann muss ich wieder Eier ansammeln. Mäuse töten. Äh, Mäuse essen. Und bin immer wieder hierher. Und er war dann wieder groß. Und dann hat er mich manchmal in den Schlauch zurückgedrängt. Am besten wäre es, wenn wir die Eier, die wir loslassen, auch wieder auffangen. Dann haben wir nämlich umso mehr Chancen. Den... Ach, verdammt. Leg die Eier. Komm, den kriegen wir, denk. Ach, verdammt. Aber das, aber das kriegen wir. Ja, den haben wir. Das ist jetzt rot geworden, das Ei. Wenn wir jetzt damit jetzt einen normalen Gegner treffen, also so ein Scheigei oder so, denke ich mal, dann kriegen wir Sterne davon. Und die blinkenden roten, äh, die blinkenden Eier, die sind für rote Münzen. Ich glaube, jetzt in der einen Welt, wo wir mal zurückgegangen sind, noch im letzten Moment, an der Siegei, ich denke mal, da hat uns auch so ein Ei gefehlt. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch irgendwann was versteckt. Oder ich hab nicht richtig hingesehen. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir aber fertig mit der linken Seite. Jetzt geht's nicht weiter. Ja, da geht's auch nicht weiter. Da ist Bildschirmblockade. Jetzt fangen wir mit der rechten Seite an. Ist ja auch, glaube ich, die Seite. Moment. Die, wo es, da wo es weitergeht. Also, irgendwo muss hier der Stöpse sein, der verschlossen ist. Ja, Sarkasse. Moment. War da nicht. Nee, da kann nichts gewesen sein. Der hätte ja auch ein Fragezeichen aufploppen müssen. Wenn da was gewesen wäre. Oh Gott, nein. Müssen wir durchschießen. Reichen uns, Reier. Ah, komm. Vielleicht noch. Ist da. Könnt doch sein, dass da vielleicht. Schauen wir nochmal rein. Willst du nochmal einen Ein mitnehmen? Oh. Das ist wieder ganz toll. Das wachst ja schnell, das Unkraut. Ja. Naja, egal. Ignorieren wir es einfach und gehen weiter. Und zwar hier hoch. Und da sehen wir auch schon den Stöpsel. Da können wir drauf... Oh Gott, ich will nicht zerquetscht werden. Der Stöpsel war irgendwie verschlossen. Darf mir gerne mal jemand den... ...den Mechanismus erklären, der den Stöpsel verschließt? Das will ich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. So. Jetzt sind wir hier beim Speicherpunkt angelangt. Ich glaube, da kommt auch schon der Boss, oder? Kommt der Boss? Ich weiß es nicht. Nein, da kommt bestimmt nicht der Boss. Nein, das ist nicht der Boss. Es ist nur der Weg bis dahin. Der Weg voller dickflüssiger Lava. Die Wellen schlägt. Und kleine Feuermonster aus Speit. Die essen wir aber, oder? Kommt, die essen wir. Oh, das kommt nicht rechtzeitig. Ich habe es eigentlich berührt mit der Nase, aber... Das Spiel ist gütig. Können wir den essen? Nein, komm, wir ignorieren ihn und gehen einfach weiter. Alle roten Münzen? Raffi, du kannst es immer noch? So, jetzt... Während wir hier diese lustigen Lava-Strom entlang fließen, ganz langsam können wir nicht irgendwie beschleunigen. Hm, nein. Ja, was könnte ich da nicht erzählen? Ich habe Borderlands 2. Tolle Erzählung, ja. Wenn ihr einen Mitspieler sucht, dann... Schreibt mir ein paar Nachrichten. Ich bin auch ziemlich am Anfang. Ach, wo bin ich denn? Also ich hätte gerne einen Mitspieler, der das Spiel noch nicht durch hat und dann jede Mission rusht. Also wenn jemand, wenn sich jemand findet und das hier zufällig schiebt, Raud und ihr ein bisschen klar im Kopf seid, sagen wir es mal so. So wie ich. Dann meldet euch. Ich bin Assassine. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mache dich fertig. Oh. Oh mein Gott, die Grinsebacke wird größer. Oh mein Gott. Ja, jetzt müssen wir den Boden unter den Füßen wegschießen. Spring nicht so doff rum, du blödes Vieh. Ich mache dir den Boden unter den Füßen weg. Oh mein Gott, warum hat es geruckelt? Verdammt nochmal. Ich will nicht, dass es ruckelt. Warum wurde ich getroffen? Ich will, dass du in der Lava da unten brennst. Der ertrinkt da irgendwie, glaube ich, in den Griff oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh mein Gott, was war das? Das war... Ein Fragezeichenwölkchen. Ich will hier nur noch raus und dich in der Lava verbrodeln sehen. Dann wirst du ganz rot und ertrinkst. Ich freue mich. Dann nun krieg den nächsten Schlüssel. Moment mal, dann ist das Spiel vorbei. Nein, ist es nicht. Es ist der zweite Bosskampf. Verdammt, was rede ich für einen Scheiß? Ich will das Fragezeichen kommen. Gib mir noch... Jetzt kann ich mir die 30 wiederholen. Yay. Jetzt habe ich wieder 100 Punkte. Yeah. Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht. Was habe ich für ein Pech? Dafür musst du jetzt rein... Oh mein Gott, ich hätte mich fast selber bestimmt noch reingeschmissen. Zum Glück gelten ja nicht die Gesetze der Schwerkraft. Die Blöckchen halten einfach in der Luft und fliegen nicht runter. Und er ist schon ersoffen. Das freut mich. Nein, er trinkt immer noch. Nee, er trinkt nicht, er verbrennt. Sagen wir es mal so. Ist das angenehmer? Ertrinken, verbrennen? Hm. Naja. Zwar 26. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Naja, jetzt haben wir... wieder ein...